Ist alles in Ordnung? Sie hatten etwas Lastenfieber, würde ich sagen. Vielleicht deshalb, weil die erste Reihe Messer mit den Zähnen schärfen. Sag mal, seit wann bist du denn so mütterlich? Ich dachte immer, du magst das Gelegen. Das schon, für mich wäre es gelegentlich ein Schlamm, aber nicht für meine Freunde. Und nun? Die Frau, die Aggressive Mediocrity dazu bringt, dass sie bessere Männer werden wollen? Joey Potter! Yeah! Wuhu! Ja! Ja! Wuhu! Ja! Es ist etwa so, wie es geht, aber ein Sturz zu beobachten. Ich bin ein Sturz zu beobachten. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020